Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown und ich war mit der lieben Tina und dem Horizon auf der neuen Map unterwegs und wir hatten in dieser Runde eine, ja wie sage ich es am besten, eine kleine Überraschung. Was das genau sein wird, das müsst ihr euch angucken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen, ein Like wäre sensationell und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Aber ich gucke mir lieber YouTube-Videos an, tatsächlich. Oh, ich mache beides. Abends ist meistens streamt und dann tagsüber YouTube. Ah, okay. Außer wenn 14 Uhr, dann bist du ja meistens da. Ja. Oh, ich kann die Leute nicht verstehen, die Milchstätte nicht mögen. Das ist so köstlich. Köstlich-schmächtlich. Köstlich-schmächtlich. Aber das ist halt so Kindheitserinnerung. Sobald ich Milchstätte im Mund habe, habe ich das Gefühl, so von früher. Ich habe letztens ein Video geguckt auf YouTube. Wartet sich gleich. Da hat eine deutsche Frau ihrem amerikanischen Freund eine Milchstätte gegeben und hat sich voll gefreut, dass er die jetzt probiert und er fand die voll ekelhaft. Echt? Er hat die ausgespuckt, so ekeler fand er die. Was? Ähm, Schipja? Ja. Scheiße, Gefängnis. Scheiße, Gefängnis. Oh, ne. Aber das lässt sich nicht vermeiden mit den Raben, weil wir haben Scrappy. Ich versuche hier dran zu... Ich häng fest. Häng einfach fest. Ich auch. Wir kommen in der Reihe. Wir kommen da vorbei. Ich glaube, die machen den, oder? Ja, die machen den. Haben eine Sticky gezündet. Ich schmeiße es rein von der Seite. Wow. Rechts weg. Okay. Hörst zu. Ah, der Armort hat mich. Danke. Ach du Scheiße, da war ja noch einer. Ja. Habe ich auch zu spät mitgekriegt. Ich dachte, das ist ein Zombie. Nice. Heiligsblech. Jetzt geht die schon wieder an. Warte, ich halte schnell. XP. Ist so weiß. Ja, das müsste es gewesen sein. Boah, da habe ich Glück gehabt. Ich glaube, Tina hat den drin geholt. Was? Ich glaube, Tina hat den drin geholt. Ich glaube, ein Döner? Nee. Du hast doch, glaube ich, drauf geschossen. Nee, ich war das nicht, war das. Nee, ich war das nicht, war das. Ach so, dann hast du ihn gekillt. Ja. Ja, ich habe noch eine Sticky. Also, wir können den auch schnell mal machen. Ich habe auch noch eine. Ja, komm, mach mal. Mach mal. Soll ich dir was sagen? Du hast mich aufgehoben und er stand vor mir und ich dachte, es wären zwei Zombies, ne? Ja, ich auch. Wow. Deswegen habe ich auch erschossen. Ja, ach du Scheiße. Hier liegt Dinas Döner. Hä? Dein Döner liegt hier. Also nur bei mir. Dieser Bug, weißt du? Ach so. Oh, da haben wir Glück gehabt. Das waren alles drei Nahkämpfer. Ich habe zwei draußen gelootet, den hier nicht. Wir können beide den dann noch looten und jeder einen draußen. Da hat jeder zwei. Also ich bin mindestens bis um halb vier noch am Werkel nachher. Ach Gott, oh Gott. War das kein Flip? Nee. Nee. War das einer von meinen? Wahrscheinlich. Ich habe keinen Hund. Ich habe vier. Oh. Dann war es einer von deinen. Dann war es einer von meinen. Du musst mir mal Bilder schicken von deinen. Äh, kann ich machen. Aber morgen. Nicht morgen. Das war meiner, ja. Ich gucke mich um. Ja. Nix. Wollen wir hoch noch, Ech? Letzte Runde? Ja, komm. Wenn es gut geht, geht es gut. Wenn es schlecht wird, wird es schlecht. Oh Gott. Fünf Euro in die Frasengassen. Oh, zehn. Das sind schon 20 dann oder ein. Hast du geguckt? Nee. Guckst du mal? Warte. Hm. Ach du Scheiße. Ein Team im Norden. Mhm. Äh, hier im Wäldchen. Mhm. Die Richtung und eins halt im Gebäude. Okay. Wie viel hast du denn verloren, Tito? Ich bin noch voll. Ach so. Ach so, wir sind alle voll, gell? Ja, ja, wegen Bench. Ich würde so ein Stück ran. Ich würde nicht reingehen, da ist ein Dicke. Puh. Ja, Schuss auf mich schon. Wo denn? Weißt du es? Oh, wartet. Lebt er noch? Ja, ne? Ich geh rein. Ich glaube, ja. Warte, ich koppel auf. Ja. Ich bin oben drin. Wer? Ich seh einen. Oben ist einer. Hab ihn nicht getroffen. Ach, um Gottes Willen. Ich bin's. Einen hab ich. Da steht noch einer um die Ecke. Hab ihn gilt es. Er ist tot. Sehr schön. Ich heil mich. Ja, da müssen noch einer sein. Ähm, was ist denn hier los? Da sind dann die anderen Duschen auf. Oh, einer unten. Er ist tot. Hä? Achtung. Einer hier unten. Das ist der letzte. Jan, ich komme zu dir. Ja. Gerade zu. Hab ihn gesehen. Da. Selka. Das die. Was? Das ist das die. Hab ich ihn erschossen? Ja. Ja, wo soll ich das wissen? Im letzten Moment hat er ja geredet. Ja, scheiße. Alle tot. Dann war das wohl Neid oder so auch, ne? Denke ich. Ja, ich denke. Ach Gottchen. Das wusste ich nicht. Ach Gott, das tut mir jetzt richtig leid. Ähm. Du hast mir jetzt auch wieder keinen übergelassen, ne? Es tut mir leid. Das war, also das war Blutrausch bei mir. Ich hab irgendwie alles weggesäbelt. Also ich krieg heute nix ab. Ich hab alles weggeschossen, was mir nicht wäre, ja. Ich geh mal drüben ins Team-Street ganz gut. Oh man, hallo. Hallo. Wart ihr das? Ja. Und ich wollte gerade mit euch quatschen. Ja, ja, ich hab... Tina sagte noch, das war Dusty. Und im selben Moment hab ich dich abgeschossen. Ja. Ich hab nämlich extra nicht schießen wollen. Ich wollte kurz mit euch... Hast du aber schick gemacht. Ah. Ja, war in Ordnung natürlich. Aber ich so, äh, schön hier, äh, äh, mich zurück in die Ecke gestellt. Und gesagt, hier, mach bitte nicht schießen und so. Bumm. Nö, 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 nö. Oh man, es tut mir wirklich leid jetzt, ne. Ich bin wieder da. Mhm. Ähm, guck mal, was ihr findet, bitte. Ich, ähm, krieg eh nur... Na. Ist egal jetzt. Ich hab drei Mann hier oben. Kannst du den Rest looten? Ja. Ja, mach du mal. Oh man. Ja, im letzten Moment und dann hast du geschossen schon. Ja, ja, du sagst, das ist Dusty. Und im selben Moment, wo du das sagst, schieße ich. Richtig, ja. Ich konnte das, also das, das ging mir alles zu schnell. Also da bin ich mit meinen 43 Jahren, dann, da konnte ich nicht mehr abbrechen. Drei Teams, ne? Drei? Zwei. 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 Ja. Zwei, zwei, zwei. Ja, wir kamen, sahen und siegten. Das ging Rugi-Zugi jetzt. Zwei nicht so oft, aber... Und ich hatte das Problem, dass ich auf einmal in Südafrika gelandet bin. Das hatte doch Dina heute mit Dingen. Ja, weil ich in Russland und so. Ja. Oh, acht Kills. Jan? Jan? Captain Han Solo und weiter. Hab ich acht Kills gemacht? Ja, ja, du hast alle gemacht. Oh Mann, das ist immer ein bisschen blöd, wenn du auch Freunde triffst, aber die wussten ja, dass wir kommen, die hätten was sagen können, aber die haben wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern die haben gepusht und wir haben gepusht und dann, ja, war natürlich ein Durcheinander und wir hatten das bessere Ende für uns, weil wir auch die bessere Posi hatten. Die haben sich halt alle aufeinander konzentriert und dann war das ein leichtes für uns. Naja, ein leichtes nicht, aber bei mir an dem Tag ging halt irgendwie alles rein. Das habt ihr ja auch gesehen, alles ist umgefallen. Der Horizon hat den einen hinten, ich weiß nicht, wer das war, den hat er angefragt und dann konnte ich aus ewiger Entfernung mit der Coldwell draufhalten und da ist er auch umgefallen. Das war doch echt ein bisschen glücklich noch, aber für den, also für die drei tat es mir ein bisschen leid. Ja, hätten was sagen können vorher. Mark hat halt erst gesprochen, als, ja, als ich schon eigentlich blutrünstig auf ihn losgegangen bin. Echt ärgerlich, aber sie war nicht böse auf mich, Gott sei Dank habt ihr ja gehört. Ja, ich hoffe die Runde hat euch gefallen, war heute etwas kürzer als sonst, weil normalerweise die letzten Runden waren alle sehr, sehr lange und die ist echt ein bisschen kürzer und knackiger, aber das muss auch mal sein. Dann habe ich nicht so viel Arbeit beim Schneiden, was mir heute ganz gelegen kommt, weil ich heute Abend noch viel vor habe. Ja, was gibt es noch zu sagen? Denkt an mein TeamSpeak, das ist unten verlinkt, genauso wie Game.de, aber bevor wir darüber sprechen, reden wir nochmal über mein Turnier, was am Samstag losgeht. Ähm, das Elfte müsste das mittlerweile sein, oder das Zwölfte, ich weiß es gerade gar nicht. Äh, einfach, wenn ihr mitmachen wollt, Stream gucken, ab 19.45, 1049.de auf Twitch und, ähm, dann könnt ihr mitmachen, ich erkläre dann alles. So, und jetzt denkt an mein TeamSpeak, das ist unten verlinkt, genauso wie Game.de, die haben mir das extra für euch zur Verfügung gestellt, könnt ihr jederzeit nutzen, könnt auch gerne Game.de mal besuchen, gerade wenn ihr selber TeamSpeak, Mumble, Root Server, Games Server, Web Server, etc. sucht, seid da eine super Adresse. Mir läuft das Wasser gerade im Mund zusammen, das ist unfassbar, ich habe hier Suppe vor mir stehen, ich habe eine Kürbissuppe gekocht und die ist so köstlich, unfassbar. Ähm, es ist so schwer für mich das Outro jetzt einzusprechen, schlimm, schlimm. Unten ist der Link, ähm, besucht Game.de mal, ähm, bin super zufrieden mit denen. Wir haben jetzt sogar einen Game-Server von denen, ähm, und zwar spielen wir ja Rackfest am Sonntag und da haben wir einen Server gemietet von denen, der liebe Andi hat das gemacht, ähm, ja, guckt es euch mal an. So, jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag, wir sehen uns heute auf 14 Uhr auf Twitch, wenn ihr Bock habt und morgen 9.30 Uhr, nächstes YouTube-Video, haut rein, was ein furchtbares Outro mal wieder, ich, ach, furchtbar, mir läuft das Wasser so, und gut zusammen, haut rein, tschüss.